Heihooo, willkommen zurück zu Verrednis in Teil 2. So, jetzt sollen wir wohl in diesen Berg hier rein, das da heißt Cloudy Park. Okay, von Level 6. Das sieht toll aus. Okay, ähm, ein Vulkan wahrscheinlich. Mit sehr vielen Welten. Na gut, gehen wir in Level 1. Und haben Vögel. Okay. Ich mach die Kirby Art und flieg einfach drüber. Ja, so kann mir ja nie irgendwie was passieren. Es sei denn, es passiert sowas, ja. Aber ich komm an dir auch so vorbei. Ja, euch kenn ich. Wenn ich euch versuchen würde einzusaugen, werdet ihr ja so ganz böse. Und explodiert ganz böse. Macht mir ganz, aua. Macht mir ganz böse Schaden. Und der Vogel gerade. Okay. Ja, das ist nicht schwer. Dann sollen wir rechtzeitig immer durchfliegen. So. Ja, von wegen her. Oh, hier geht's ein bisschen weiter nach oben. Okay. Ja, aber das ist auch nicht schwer. Ne, das ist... Ja, so muss ein Spiel sein. Okay, was haben wir da? Hier rein. Und... Oh nein, nicht er. Oh, komm. Ich wollte nicht gegen einen Zwischengegner spielen. Äh, hepp. Ja, rüber. Na. Ich schmeiße da in eine Kiste. Komm. Ja, dreh durch. Aber ich möchte eigentlich doch gerne die Kiste haben. Ja, ja, ja. Nein, voll daneben. Über den dünnen Zipfel drüber. Ja, rüber. Zack. So, noch einmal. Ich schmeiße da in eine Kiste. Ja, ja, ja. Äh. Tot. Tot. So, was will ich mal wieder haben? Wir haben den Regenschirm wieder. Und wir kriegen wir... Hamster. Nö. Ich glaub, ohne den Hamster ist das ja einfacher, weil hier ja viel mit Abgründen und sowas ist. Von daher fliege ich mal lieber. Ja, das ist definitiv die bessere Lösung. Einfach hier durchzufliegen. Mit dem Hamster, da würde ich ja die ganze Zeit da unten laufen müssen und abstürzen können und sterben können. Und alles. Oh. Wow, sind hier viele. Okay. Ich hab sowieso schon, denke ich mal, unzählige davon verpasst. Von daher ist es eigentlich gar nicht mehr für mich relevant, die einzusammeln. Aber wenn ich einen sehe, sammle ich ihn natürlich ein. Einfach nur so, aus Spaß an der Freude. Okay. Ja, das war irgendwie unfair, aber... Ist ja egal. Achso, hier ist schon das Ende. Auch nicht versteckt hier. Wunderbar. Und hoch. Nehmen wir Energie hier auch ein bisschen. Okay. Halber Körbidance. Schon können wir in Level 2 hinein. Machen wir das. Okay, was haben wir hier? Kann ich hier auch wieder fliegen? Ich mach's mir einfach einfach. Einfach fliegen. Ohne Probleme. Ja. Da durchlaufen. Ja, das war ja die Hölle. Oh, das Leben. Ähm, wenn ich deine Attacke nehme, kann ich das denn hier auch machen? Tatsächlich. Yay. Das war toll. Einfach mal so ein paar Geschenke gekriegt. Ja. Was wollt ihr denn alle hier? Ich flieg einfach an euch dran vorbei. Mir kann keiner was. So. Mal rein hier. Was haben wir jetzt? Okay. Kann wieder fliegen. Oh. Sogar sehr hoch fliegen. Okay. Wow. Okay, das war schon fast fies, aber es hat ja funktioniert. Ich hab dafür da einen von diesen kleinen Sternen bekommen und da ist ein Leben. Das nehme ich mir natürlich auch mit, wenn es da schon so für mich bereit liegt. Okay, hier sind viele von diesen kleinen Sternen. Ja, jeden Stern, den ich sehe, nehme ich dann auch mit, wenn ich darauf ankomme. So, dich habe ich auch gesehen. Wow, das war schon fast toll von ihm. Ja, ich bleib lieber hier oben. Da bin ich mir sicherer. Ja, da gehe ich nicht durch. Bin jetzt so unsicher. Und runter. Langsam runter. Oh. Nicht zu schnell. Langsam, habe ich gesagt. Und wunderbar. Ähm. Ja. Kriege ich die Kanonen da nicht weg. Von daher lasse ich den Beutel Beutel sein. Ja. Ducken. Das ist das beste Grad. Und hier runter. Rein. Da schon wieder so ein Football oder so. Da komme ich ja nicht ran. Gemein. Naja. Oh, das war schon. War ein kurzes Level. Und ho. Nehmen wir ja ganz viele Sachen mit. Ja, noch eine Tomate auch noch. Ja, das ist schön. Da tagt ihr die. So, und schon geht es in Level 3 hinein. Okay, kann ich wieder hier hochfliegen. Tatsächlich. Ein Waddle Dee. So. Oh. Der Sternchen. Wunderbar. Dann fliegen wir mal hier durch. Woher fliegen einfach ist. Guck mal. Aber Mario würde das hier schon irgendwie jetzt so ein Block oder sowas sein. Eine Münze. Das sieht auf jeden Fall so verdächtig aus. So eine einzelne Wolke. Aber die gibt es hier ja nicht, die Münzen. Oh Gott, die haben es irgendwie ziemlich eilig. Da ist ja fast ein Stampy hier. Ja. Eine Herdenwanderung. Jo. Oh Gott. Kein Wasser. In solchen Momenten hätte ich gerne meinen Fisch. Na. Komische Robben. Ja, das war klar, dass er mich trifft. Na egal. Ja, ist weg. So. Mit Skirbys Megapuste geht das ja alles wunderbar. Jetzt haben wir mal die Stachens vorbei. Da. Ach komm, ich schwimme in die einfach. Autsch. Nein. Fliegen, fliegen, fliegen. Nicht noch mehr Energie verschwenden. Oh, den wollte ich eigentlich fressen. Das war mir nicht vergönnt. Okay. Was haben wir hier? Wow, 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 wow. Was ist jetzt los hier? Okay. Ich kann nichts machen. Der bewegt sich von alleine. Wahrscheinlich einmal im Kreis oder sowas. Ich muss wahrscheinlich irgendwie da reinkommen. Ja. Das muss noch gelernt werden. Ah, ja. Achso, jetzt geht's in die andere Richtung. Okay. Warum denn nicht? Autsch. Wahrscheinlich da dann auch wieder. Ja. Wieder eine Runde laufen. So. Und. Ähm. Schade. So. So. Wenn hier rein. Ja. Okay. Jetzt in die Richtung. Oh Gott, ist das kompliziert. Oh. Cool. Nein. Nein. Weg mit der Attacke. Ich glaube, so ist das einfacher dann für mich. Eindeutig. Und dann hier runter. Ja. Egal. Den Schaden nehme ich in Kauf. Hauptsache weitergekommen. Wow. Ich habe nur noch. Einen Energie. Ist nicht gut. Yep. Yep. Ah, da sind Sterne. Egal. Was seid ihr für Mumien? Ich kann euch nicht töten. Na, ne. Tada. Piep. Egal. Man kann das ja nochmal machen. Die Zeit haben wir ja. Ja. Mach auf. Aufmachen. Ja. Alles kaputt. Donnern hier. So. Jetzt nehmen wir den mal mit. Auf der anderen Seite war ja auch einer. Ja. Und so. Wunderbar. Kein Problem für mich. So. Jetzt kommen wieder diese komischen Mumien. Die mir völlig egal sind. Ach doch. Ich kann sie doch töten. Warum hat sie denn gerade eben nicht funktioniert? Autsch. Ja. Vielleicht deswegen, weil ich zu blöd bin. Ja. Aufmachen. 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 Ja. So. Ich glaube, hier muss man einfach nur schnell sein. Schnell irgendwie nach unten kommen. So. Wo mir zu viele sind. Und das war's auch schon. Ja. Mit Schnelligkeit ein bisschen aufpassen. Funktioniert das wunderbar. Ich hab volle Energie. Und das freut mich. Wir kommen hier ganz schön gut voran gerade. Level 4. Ja. Was willst du denn hier? Ach komm. Ich fliege einfach wieder an den ganzen Bösen vorbei. So ist das ja ziemlich einfach. Wenn man einfach so dran vorbeifliegen kann an allen Bösen. Ähm. Ja. Okay. So. Das gäbe es mal. So auch. Kein Problem für Kirby. Viel zu einfach. Keine Gegner für mich sowas. Da hab ich schon schwereres gemacht. Und nicht so eine. Einfachen Sachen hier. Das ist ja wirklich für mich persönlich im Moment einfach. Da wird bestimmt ein Stern drin sein. Ja. Das war sehr auffällig. Ich habe eh wahrscheinlich schon 100.000 davon übersehen. Könnte sogar weiter. Nee. Kann ich nicht. Also gehe ich hier rein. Oh. Den. Den schon wieder. Den hatten wir da auch schon mal. So. Was macht er? Was macht er? Komm. Klatsch gegen die Wand. Genau. Plupp. So. Noch einmal. Dann habe ich ihn auch geschafft. Autsch. Das war ja gar nicht nett von ihm. Nein. Das war zu spät. So. Klatsch gegen die Wand. Oder so. Oder so. Ja. Da gehe ich nicht mehr hin. Klatsch gegen die Wand. Mein Freund. Ja. Aber nicht so. Okay. 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 Und flup. Nein. Ach man. Sei doch nicht so doof. Geht doch. Dann presse ich dich mal. Beim Stacheln. Und einen. Hamster mal wieder. Na gut. Warum denn nicht? Oh. Autsch. Autsch. Was ist das dumm mit dem Hamster? Autsch. An solcher Stelle hätte ich lieber die Eule gehabt. Eindeutig. Ja. 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 Eindeutig hätte ich da lieber die Eule gehabt. Na gut. Oder halt nur Kirby. Achso. Das ist Wasser. Na. Vielleicht ging das deswegen nicht so gut mit dem Hamster. Als obviel hätte ich an solcher Stelle echt viel lieber die Eule gehabt. Autsch. Nein. Lass mich rein. Okay. Kann ich irgendwie gegen lenken? Eindeutig. Äh. Mist. Öp. Ganz vorsichtig hier. Oh. Ein Leben. Krieg haben. Hab's auch gekriegt. Autsch. Nein. Gut. Ja. Ich hätte hier echt gerne die Eule gehabt. Ich denke mir, mit der wäre es einfacher gewesen. Äh. Äh. Autsch. Bin gleich tot. Tomate. Nein. Drei Leben. Ich darf wahrscheinlich nicht eins haben. Da hätte man wirklich die Eule haben müssen. Mit der hätte man ja gegen lenken können. Naja. Man kann's ja nicht ändern. Kirby Dance. Da dreht. Didi. Okay. Gut. Hier mache ich Pause und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.